Hi, Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute mache ich etwas zum ersten Mal, habe ich immer wieder mal gesagt, aber stimmt für mich jetzt hier. Canadian Whisky. Ich bin zwar nicht ganz fertig mit meinen Bourbons, aber heute Abend habe ich eine Whisky Tasting und das möchte ich hier live aufmachen und nicht mit den Jungs da unten. Also, was habe ich hier? Pike Creek. Crafted with ten-year-old Whisky Barrels. Also, und das Wichtigste, was ich hier finde, ist Finished in Rum. Wenn man das googelt, Pike Creek, auch wenn man auf deren Homepage geht, findet man Finished in Port. Hat mich ein bisschen verwirrt. Hab einfach gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und endlich fand ich jemand, der sagte, seit September 2016 hat Pike Creek ihre Produktion umgestellt von Portfässern auf Rumfässern. Hä? Auf deren Homepage ist es noch nicht und ich habe diese Flasche. Naja, gut. Kostet 26 Euro. Kommen bei 42% Alkohol. Vorher war es 40%. Finishing Rum sollte ein bisschen süßer sein. Angeblich gab es irgendwelche Probleme hier im EU, dass sie nicht sich aus Whisky erklären könnte mit dem am Portfine Finish. Warum, weiß ich nicht. Habe ich nur gelesen. Aber das war so und jetzt haben sie das auf Rum und irgendwie geht das. So, machen wir einfach mal auf. Ich erkläre auch die ganze Zeit etwas dabei. So, hier Hand geknotet. Wichtig. Handcrafted, also mit Hand gemacht und das wurde auch geknotet mit der Hand. So, Korken, nett. Flasche, okay. Zehn Jahre alt. Möchte hier ein bisschen was schon einschränken, damit es Zeit hat zum Atmen. Ähm. Finde ich echt durch Flasche sehr gut aus. Wer steckt nun hinter denn diese Pipe Creek? So, Pipe Creek erst einmal ist kanadisch. Kanada ist groß und eigentlich muss man Richtung Ontario, Kanada gehen. Und dort gibt es eine Lagerhalle. Und in dieser Lagerhalle ist dieses Whisky, diese bis zu zehn Jahren hier die Temperaturen Kanadas ausgesetzt. Es gibt keine Klimaanlage, keine Heizung. Das heißt, im Winter friert alles ein und im Sommer ist es richtig gut warm und deshalb gibt es extrem starke Temperaturschwankungen. Und das ist das, womit sie das sozusagen hier ihre, ähm, unique selling preposition. Äh, USP. Ähm. Gehört zu Corby. Hm. Auf deren Homepage gibt es eine große Abkündigung. Dieses Whisky wurde hergestellt vom Master Distiller Dr. Don Livermore. Musste mal eigene Schrift hier lesen. PhD in, also PhD ist der Doktortitel in Wood Sciences. Dort steht es, er hat seine Doktorarbeit geschrieben in diesen Holz, Wissenschaften des Holzes. Keine Ahnung. Allerdings, ich lese auf eine andere Seite, die auch zu Corby, Spirits dazu gehört, nämlich JP Weiser, dass der Dr. Don Liverwood sein PhD in Brewing und Spirito, Spirits hat. Also in der Brauerei wie auch Distillerie. Also ob er wirklich vielleicht sein Spezialgebiet hat auf diesem Holz, weiß ich nicht. Ähm, soll angeblich einen ganz hohen Roggenanteil sein. Würzig sein. Hm. Finde ich ganz gut. Zweifach destilliert. Und zu Corby gehört auch, ähm, wie ich sagte schon, JP Weiser. Lot 40. Hm. Das Zeug ist gut. Werde ich auch vielleicht morgen als nächstes testen, ja. Richtig, richtig. Habe mich echt in das Zeug. Ähm. Rye Whisky. Muah. Wenn das halbwegs so gut schmeckt, bin ich hier begeistert davon. Ähm. Polar Ice Vodka kommt auch dann von Corby. Ähm. Lamb's Rum. Also wahrscheinlich haben sie ihre eigene Rumfässern dafür benutzt. Und auch ein McGuinness, ähm, Likör. So. Ähm. Crafted by the Elements. Also hergestellt durch diese Elementen. Wenn man auf deren Homepage geht, dann sieht man, wie einfach eine Whiskyflasche draußen steht. Durch die vier verschiedene Jahreszeiten. Also von Frühling bis zum Sommer, bis zum Herbst, bis zum Winter, bis zum Frühling wieder. Wie der Schnee sogar darüber, wenn es aufsteigt und so weiter. Ja. Also. Was sagen wir mal? Farbe, muss ich sagen, ist echt gut. Einen Moment. Ich kann hier einen Zettel holen. Zehn Jahre alt. Also natürlich kein Farbstoff dazu getan. Lass sich sehen. Nase. Ja. Also ich habe Rum erst einmal in meiner Nase. Also wenn ich Whisky trinke, bisher habe ich meine Rumsfinish nicht ganz so bombastisch gefunden. Ähm. Ich kriege tatsächlich ein bisschen Roggen dabei heraus, aber ganz unterschiedlich wieder. Als erstes ist es eine süße Rum und danach kommt ein bisschen Alkohol und danach kommt diese Roggen. Ich könnte kein Mash Bill finden. Also ich könnte nicht herausfinden, wie viel Roggen da drin ist. Also eindeutig ist es weniger als 51%. Sonst hätten sie geschrieben Rye Whisky. Und das ist einfach nur ein Canadian Whisky. Ich lese einfach, was drauf ist, um das noch einen Hauch von einer Minute noch hier zu geben. Ähm. Ten-year-old selected oak-aged Canadian Whisky that has been finished in rum barrels to condition and mellow the whiskey. So. Ähm. Ein zehn Jahre alter, ausgewählte, in Eichen gelagerte kanadische Whisky, das in ein mit Rum Fässern, der da gefinisht wurde. Genau zu Perfektion. Mild. Während ganz subtile Noten von Braun Zucker und Vanille hinzugefügt wird, um einen unvergleichlichen weichen Abgang zu ermöglichen. So. Ähm. Ich hab schon ein paar Mal Whiskys aus Kanada probiert und immer wieder wurde gesagt, dass sie sehr weich sind. Ähm. Schauen wir mal, ob das heute auch so stimmt. Äh. Viel Rum. Viel, viel Rum. Zu viel Rum, sagt Jason. Aber Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Das ist das, was ich so sage. Vielleicht sagst du, mh, lecker. Genau das will ich. So. Was sagt meine Zunge? Ja. Rum. Leider. Süß. Weich. 42%. 42% Alkohol habe ich hier nicht im Mund. Und? Ja. Ja. Also. Ich hab gerade mich daran erinnert an diesen Braun Sugar. Also. Also das hat man in Deutschland irgendwie nicht. Braun Sugar. Also man hat Rotzucker. Aber Brown Sugar ist eigentlich ganz normaler weißer Zucker, wo sie hinzugefügt haben Malasses. Malasses ist ähnlich, aber nicht ganz, wiederum wie diesen Zuckerrüben, bei diesem Restprodukt davon, was sehr süß ist. Und ja gut, Rum wird aus Zuckerrohr gemacht, Malasses wird aus Zuckerrohr gemacht. Logisch, dass es danach schmeckt. Ich bin echt am Überlegen, wie ich häufig das so tue, denn ich habe gewisse Erwartungen und dann ist es anders. Und jetzt muss ich erstmal ein bisschen meine Erwartungen wieder dann darauf einrichten, auf das, was ich hier im Mund habe. Ja, gut. Jason, du trinkst jetzt ein Rum-Finished Canadian Whiskey. Nicht Rye Whiskey, nicht Bourbon, sondern Rum-Finished Canadian. Ich bilde mir das ein, das jetzt hier mögen zu wollen. So. So. Ich mache es nicht. Oh, tut mir leid, Leute. Wir werden uns nicht anfreuen. Noch nicht. Da ist eindeutig zu viel Rum da drin. Also, nee, leider. Ich muss mir irgendwie doch ein Sample, irgendwie doch eine Flasche ergattern von diesem Port. Denn die paar Leute, nur zwei hätte ich bisher gefunden. Ich habe da 20, 30 Leute gefunden, die den Port getestet haben, aber nur zwei, die sich den Rum schon getestet haben. Also, seit September auf dem Markt überhaupt. Und die haben alle gesagt, dass der Port besser geschmeckt hat. Meistens bin ich auch kein großer Port-Finish-Möger, mögende Mensch. Rum ist manchmal ein bisschen besser. Ja. Gut. Also, sehr, sehr, sehr weich. Kaum etwas im Mund denn dabei gehabt. Viel Süße dabei. Aber nicht eine typische Mais-Sirup-Süße, sondern tatsächlich, da kommt dabei heraus mehr und mehr dieses Malasses, also diese Brown Sugar. Ob da eine kleine Note von Vanille da drin ist, kann ich echt tatsächlich einfach sagen. Ja, bestimmt. Ja. Mensch, schade. Also gut, nur 26 Euro. Heute Abend, vielleicht mögen die Leute das beim, auch Whisky-Tasting, werden wir es hier sehen, dass die Flasche zur Hälfte auf jeden Fall wegkommt. Ich kann das auch in meiner Samples mit anbieten. Vielleicht hast du da Lust, das selbst zu probieren. Gerade, wenn du gerne Whisky mit einem Rum-Geschmack hast und der sehr weich, also seidenweich ist, das ist das. Aber irgendwie bin ich momentan auf einem Ride-Trip. Also, vielleicht bin ich das Problem tatsächlich hier. Ah, dieses Roggen, dieses Rye, dieses Ah, würzig, finde ich momentan absolut nur obertoll. Und das ist im krassesten Sinn ganz was anderes. Also von daher... Ja, okay. Darf ich fies sein? Letzte Minute. Ein Whisky, womit auch Frauen vielleicht das gerne mögen. Das ist echt weich. Das ist süß. Das ist angenehm. Deshalb würde ich einfach mal sagen, heute, weil ich einfach Jason bin und einfach 3+. Nicht mein Ding, wie ich dachte. Ich könnte ein 2 da vorne gar nicht haben. Preis-Leistung, ich sage einfach mal, heute ist 2-. Denn für 26 Euro ist das schon okay. Bloß kein 1. Ja, also ein 2- für ein Preis-Leistungs-Verhältnis für 26 Euro kann man echt nicht viel verkehrt machen. Und vom Geschmack her ein 3+, ist auch durchschnittlich. Und wer gerne auch ROM haben möchte, das ist es. So, Leute. Whisky, erste Sicht eines Amerikaners. Jason hier. Wir haben bisher so 70 Abonnenten. Yay. Ich habe fast 6.000 Leute, die schon Videos oder 6.000 Views. Yay. Vielleicht kannst du weiter erzählen, dass es dieses Channel so gibt. Und es macht mir einfach Spaß. Und vielleicht macht es dir auch Spaß, dazu zu schauen. Falls du irgendwelche Kommentare oder irgendwelche Ideen hast, schreib sie unten hin. Ich versuche auf jeder Kommentar bisher darauf einzugehen. Da waren nur bisher 50 oder so. Um daher, dass es geht. Und diese Knoten da drauf finde ich irgendwie doch süß. Finde ich gut. Whisky, erste Sicht eines Amerikaners. Jason hier. Wir sehen uns bald. Ciao.